Oh Kinder, oh Kinder, ich glaube es weihnachtet bald. Willkommen zu diesem Giveaway-Ankündigungsvideo, natürlich wieder verknüpft mit... Skin Baron, unserem Skin Partner und die übrigens aktuell auch gerade ein Adventskalender-Event laufen haben. Schaut mal in die Beschreibung, da habe ich den Twitter-Post verlinkt. Also nebenbei, ich glaube bis zu 10.000 Euro oder so was, oder 1.000 Euro, ich glaube 10.000 Euro. Irgendwie so hustlet raus, nicer, nicer. Ja, es gibt jetzt seit letztem Stream schon das Bowie-Knife, ich kann so nicht richtig sprechen. Das Bowie-Knife, vielleicht so, sehe ich halt nicht richtig, ist ein reines Twitch-Giveaway. Ich muss es doch rausziehen. Die Streams finden jeden Dienstag, also heute und jeden Donnerstag ab 18 Uhr statt und jeden Freitag ab 22 Uhr. Der Link zum Stream steht in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Die Streams gehen Dienstags und Donnerstags immer so drei Stunden und Freitags Open End meistens sechs. Also bis vier Uhr morgens, so plus minus. Dieses Giveaway endet am 25. Dezember. Kommt in die Streams, wir freuen uns auf euch. Es gibt immer Viewer Games, es gibt verschiedenste Spiele. Gerade letzten Freitag haben wir mit der GTA reingezockt, das war ziemlich nice. Natürlich ist CSGO immer mit von der Partie. Cod, Scum, Garry's Mod, also TTT und so weiter und so fort. Und was ganz wichtig ist, einfach für alle, die es noch nicht wissen sollten. In jedem der Livestreams gibt es extra nochmal Giveaways, die im Livestream selbst stattfinden. Man muss einfach nur dafür da sein, also den Stream anhaben und sobald ich sage, hey, jetzt ist Giveaway, halt dann ready sein, um den Befehl dafür einzugeben. Diese In-Stream-Giveaways gibt es jeden Stream, dreimal die Woche, die sind für alle offen. Da muss man kein Abonnent sein, noch nicht mal follow, man muss einfach nur da sein. Schaltet ein und seid mit dabei. Hier natürlich wieder ein riesen Dankeschön an Skinbaron, dass sie so edel sind und solche geilen Sachen machen. Ganz großes Chapeau. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die sich mit meinem Skinbaron-Link bei Skinbaron angemeldet haben und ihnen gezeigt haben, dass wir eine ziemlich krasse Community sind. Na, ist klar. Einige haben auch gefragt, wie es an Weihnachten generell aussieht mit den Streams. Also am 24., das ist ein Dienstag, da werde ich nicht streamen. Da sind wir den ganzen Tag und den ganzen Abend, die ganze Nacht nicht zu Hause. 25. kann gut hinkommen. 26. gegen Abend denke ich auf jeden Fall. Ja, Freitag ist dann der 27., müsste auch ganz normal klappen. Ähm, Silvester 31. fällt dieses Jahr auch auf den Dienstag. Wird schwierig, da dann zu streamen aufgrund des Besuchs eben. Äh, ich werde das mal noch abklären. Läuft. Dann mache ich mich jetzt auch selbst fertig. Für mich ist jetzt natürlich auch gleich Livestream. Ähm, ich so noch geschwind die Skins raus sein heute fürs Giveaway. Und dann sehen wir uns gleich in einer Viertelstunde, in 10 Minuten. Macht's gut! 1. Du bist pages selbst. Und dann sollen eine mentalee. Team.